Ah, endlich, nach fast einem Jahr, sitze ich hier wieder und darf Harry Potter weiterspielen. Ähm, Geschichte fortsetzen. Ja, ja, Abmarsch. Wo waren wir überhaupt schicken geblieben? Ah, okay. Kammer des Schreckens. Äh, 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 äh. Ah, wir sind schon am Ende von Teil 2, ne? Okay, wir müssen jetzt den... Das ist ein bisschen leise, oder? Okay, wir müssen aber mal so rein. Ey, okay, ey, äh, sorry, entspann dich. Entspann dich, geil, mal ruhig, ne? Mal ruhig, geil. Spiel, wo muss ich hin? Ah, hier dann, okay. Okidoki. Hm, rechts lang? Nein, nein, ja. Okay, das ist bei mir nur so leise. Ah, das ist bei mir nur so leise, okay. Ähm, nee, hier muss ich nicht lang. Blauer Pfeil, blauer Pfeil. Ist klar, dass ich da spinnig auf 100% spinn werde, vermutlich. Aber die Story können wir auf jeden Fall genießen. Oder, äh, die ist ziemlich geil. So, Abmarsch. So, Professor, mitkommen. Festgenommen. Ich liebe Lego-Humor. Zwei hängen ein. Das wird wohl nichts. Wo will der hin? Achso. Oh, oh, oh. Ab zur Kammer. Jetzt stell dich mal nicht so an. Okay, wie lösen wir die Kammer hier aus? Gute Frage. Nächste Frage. Ich höre eine Katze. Oi, hallo, äh. Oh, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit Gold oder so? Oh, aber es verliebt er mich, ne? Wunderbar. Was ist mit ihm hier los? Nein. Wie war denn das nochmal? Welche Taste? Nö. Warte, wie konnte ich nochmal? Ah. Ah, okay. Moment mal. Ah, Moment mal. So nicht? Hä? Oh, jetzt wird mal in der Steuerung reinkommen. So. Ah, okay. B war's. Ja, bis wir empfehlen, ist immer gut. Zack. Und. War's das schon? Nee. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Irgendwas fehlt uns. Mh, können wir hier... Ah, Moment mal. Wollen wir mal. Ja, toll, aber er muss ja irgendwas rein. Mach da Dinge auf. Routertypen. Oh, nee, das war mit Ron, glaub ich, ne? Ja, dann muss ich das aufbauen. Die wandern immer. Nee, das war's nicht. Oh, Kretze. Nimm mal rein hier. Geht auch so. Zack. Die Mucke ist so geil. Da funktioniert, oder? Hab ich schon provisorisch aufgemacht. Bam. Und jetzt? Okay. Spülung ist, äh, an. Boah. Moment mal. Nee, nee. Komm mal her. Wie war'n das nochmal? Stopp, 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 stopp. Moment mal. Numus Solem war das, ne? Mach dich weg hier. Jawohl. Hallöchen. Und raus mit dir. Affel, paff, ey. Mach dich weg. Zack. So, warte mal kurz. Das passt, ne? Okay, wie komme ich jetzt? Da, okay. Sehr gut. Das läuft doch. Ach, Moment mal. Nein. Dann mal zum Grün. Nee, Grün ist auch falsch. Numus Solem. Wir sind misstranken hier. So, warte, was? Achso. Na. Zack. Passt. Och, mein Mensch. Kröte, Kröte, Kröte. Wie hieß die? Kann ich mal aufhören, so rumzulingsen? Das nervt mich. Möte hieß die, glaube ich. Möte hieß die. Jetzt weiß ich's. Mein Gott, ich hab die Filme viel zu lange nicht gesehen. Wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit. Die, 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 die. Die, 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 die. Ach, die Musik ist so schön. Bam. Ein Kürbelfrosch? Hä? Was soll denn das jetzt? So vielleicht? Nee. Ich hol dich denn den Kürbis da raus. Moment mal kurz. Sind dran. Rütteln hier. Ah, kommt eine Flasche raus und füllen. Können wir drauf springen? Irgendwas mit dem Frosch hier. Ah, ah, okay. Schüttel dich, rüttel dich. Komm raus hier. Komm, 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 komm. Wo will denn der hin? Wo will denn der Frosch hin? Hey. Das ist nicht nett. Ich glaube, ich muss irgendwie Ron da rausbekommen. Kann das sein? Was ist mit dem Kürbis da drin? Naja. Ich werde es schon herausfinden. So. Ach nee, Ron ist doch hier. Ich lepp. Ähm. Warte, was ist das denn jetzt? Ah, ein Saugnapf. Ich werde nie mehr. Okay, das ist ja geil. Hopp, hopp, hopp. Ja, wo ich mit dem Pömpel rausziehen. Ist das toll. Cool. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Was ist das Ding jetzt aufgebaut? Wunderbar. Oh, ja. Oh, unter einem mit dir. Nee, nee, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Harry muss das machen, oder? Geht das? Den magst du, ne? Den Harry magst du, wusste ich. Rauf oder hinein in die Kammer des Schreckens. Manche, hör auf, so zu lachen. Hüpf rein, Harry. Whee. Uah. So, war. Nee, wird nichts. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt aber. Brauchst du da gerade einen Sklepp mit dem Hut zusammen? Ach, du Scheiße. Eins von vier. Ich verstehe nicht, wie mein Lego nicht mehr kann, ne, wirklich. So simpel. Zwei von vier. Das ist wahrscheinlich nur mit den Hunden, also nur im freien Spiel. Okay. Aber das, äh, nee, lass das mal sein. Mach mal das Ding hier frei. Und das auch. Die Frage ist, was mach ich damit jetzt? Oh, warte mal. Mach dich weg hier. Hä? Kann ich mal sagen. Okay, die sind scheinbar gesperrt, die Truhen. Okay. Hm. Wie komm ich da jetzt durch? Bam. Was übersehe ich hier? Mal auf Pink wechseln. Liebensklett nochmal zusammenbauen. Nein, Mist. Viecher. Okay, ähm, andere Frage. Komme ich hier hoch? Nee. Was hat eigentlich er zu bieten? Verwandlungsgutze. Ah. Das hier? Nee. Ja, da haben wir schon. Nein. Ridiculous. Will wahrscheinlich nichts bringen. Espektor Patron. Oh, krass. Moment mal. Aha. Ey, was machst du mit dem Ding? Das ist aber... Das ist in gewisser Hinsicht auch schon diabolisch, ne? Eieiei. 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 Eieiei.